So, hm, so, was ist denn jetzt los? Erwählen sie sich, ne? Ein Rainbow, ein Herbvogel, ne? Ein Hahn. Machen wir gleich noch ein Bild von dir, ne? Alles gut mit dir? Alles schön, ne? So, andere Seite auch nochmal. So, die andere Seite auch nochmal. So, hm. So, fliegen können wir auch, ne? Da, fliegen können wir auch, ne? Bis in die letzte Ecke, ne? Komm her. Da, und fliegen können wir auch, aber auch sitzen bleiben, ne? Alles gut, ne? Rainbow? Alles gut.